Hallo, grünzt euch! Ich bin die Anna und wir machen heute gemeinsam eine Hit-Pyramide. Die Übungen in dieser Hit-Pyramide sind Burpees, Sit-Ups, Ausfallschritte und Side-Blank. Wie es funktioniert, steht unten in der Beschreibung. Erste Übung, 30 Sekunden Burpees. Zweite Übung, 30 Sekunden Butterfly Sit-Ups. Dritte Übung, 30 Sekunden Ausfallschritte. Vierte Übung, 30 Sekunden Side-Blank. Wenn etwas zu wenig ist, können Sie gerne auch eine Bewegung mit einbauen. Und zu guter Letzt machen wir noch die fünfte Übung, die Side-Blank, auf der anderen Seite. Das war es jetzt mit meinem Homeworkout. Probiert es aus, es wird euch sicher tragen. Tschüss!